Hallo, mein Name ist Manuel. Ich bin im dritten Lehrjahr als Metallbau-Konstrukteur. Heute würde ich euch gerne einen Einblick bei der Firma Josef Meier in M&G geben. Kommt doch mit! Zu meinen Tätigkeiten gehören das Zeichnen und das Konstruieren von Metallbauarbeiten nach Mass für Architekten und Bauherren, sowie das Besprechen von Plänen mit Werkstattmitarbeitern, Beratung und Begleitung von Kunden und Architekten in der Ausführung von ihren Fassadenwünsche ist auch ein Teil meiner Haupttätigkeiten. Das Erstellen von komplexen Fassaden am Computer mit ihren Anforderungen ist immer eine spannende Arbeit. Josef Meier Stahl und Metall AG ist sehr innovativ und die Arbeit in einer Lehrlingsabteilung macht richtig Spass. Als Metallbau-Konstrukteur muss ich Spass an geometrischem Zeichnen haben, sowie Freude haben, etwas Neues zu entwickeln. Jetzt hast du meinen Blick in meinen Berufsalltag erhalten. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich noch heute und wir freuen uns auf dich! Willst du den Marken und ich vertreibe in am Internet! Eines Untertitelung des ZDF, 2020